Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored! Ja, weiter geht's! Wir haben dort gefunden... ...und hoffen... ...hoffen sich auch an... an... anschleichen kann... Ah, warte mal, ich hab da eine Idee... ...wie es wahrscheinlich gar nicht funktionieren wird... Scheiße... ...so... ...ja... hm... ...ja, was jetzt... Ein wenig riskant, was ich vorhabe... Okay... Okay... Nein... Okay... Okay... eigentlich wollte ich ihn ja gar nicht töten er hat das aufgenommen ok tunnel entrance hmm ja gut und man hat ihn getötet eigentlich wollte ich ihn ja doch vom Leben lassen okay Volt 4 L2 2 3 4 5 5 6 6 7 Haben die Wachen jetzt keine Lust mehr, oder was? Jetzt müssen hier keine mehr. Okay. Ja, gut. Ah, hier ist auch die Rune, die wir, die ich eben versucht hatte schwimmenderweise zu erreichen. Das ist doch schön. Da bin ich mal gespannt. Go to the Gatewatch Tunnel. Ich müsste mal diese Bone Charms benutzen, die ich aber gar nicht benutze, glaube ich, während des ganzen Spiels. Und eine Rune ist auch noch. Oh. Hallo, Ratties. Keine Feinden, Ratties. Use Tunnel Underdores Base. Genau, was muss ich jetzt machen? Rutschel Gate. Get to the quarantine. Äh, irgendwas. Kannst nicht ganz lesen. Das ist ja Ike, Mensch. Kannst nicht die Rattfläge. Das ist ja Ike, Mensch. Ich habe gesagt, das ist ja Ike, was ist ja ich normalerweise zu sagen. Wollt ihr euch das? Ich habe gesagt, was Menschen, weil sie eine Art von uns zu schützen? Es sind die Räumen. Es sind die Räumen. Sie sollen... ... die Räumen nicht zu schützen. Ach. Sie haben sie gemacht. Sie wollen die Räumen nicht zu schützen. Es sind die Räumen nicht zu schützen. Wenn Sie dann, die Räumen nicht zu schützen. Ich bin so schlecht, dass sie sich dann schützen. Ja, die Räumen nicht zu schützen. Wow. Mich würde mal interessieren, vielleicht ist diese Rattenplage ja auch noch irgendwie so Teil der Story. Ich weiß nicht, dass ich das nicht in das zu tun habe. Wenn Sie nur wissen, wie Sie sich ein Boot verbrechen lassen können. Wir müssen unsere Reise machen. Der Mann in der Maske, die ich gesehen habe, kam aus der Drei-Kanal. Das ist Wailer-Territory. Sie sind schlecht. Okay, okay. Wir müssen uns sicher, dass die Flasche offen ist bevor wir zurückkommen. Wir wollen nicht mit unseren Pantlen. Ich weiß nicht, ob ich die Pantlen oder nicht. Wie lange ich sie rauskomme. Okay. So. Komm, beweg dich mal zurück. Boah. Das ist immer das einzige Mann, der in so Schleisch spielen. Die... ...Jungi, ja. Fangen sich nie! Hey! Wo ist mein Kumpel? Wo das, der da unten liegt und so, was interessiert ich den gar nicht. Okay. Hier waren aber noch ein paar Sachen. Oh. Hey Ferg, a word of advice on your greedy little treasure hunting trips to the flooded district. If you find yourself stranded and the only way is out is through Ratshaw Gate, the rewire tool will come in handy. If you can get through the doors, the circuitry panel for the wall of light is just on the other side. Better yet, let me come with you, I'll handle the complicated things. Scrag me up. Offenbar fahren da fleißig Züge an und liefern Menschen ab. Schönes Anlass, sagen wir es mal so. Okay, da ist ein Tallboy. Zwei Tallboys. How many people of the last shift was telling you the Lord Regent himself was stuck like a pig on some of the handsome's and late. What is going on up there? Beautiful. The way you express yourself. Now shut up about it. I was told there might still be plague carriers behind them. .. ... ... But I had my hands so full with these diseased beasts that are coming out of the canal. I truly can't be bothered. Although Tallboys have orders to burn them out. Okay, auf diese Schienen kann ich wohl nicht, weil die sind... Ach du Scheiße. Oh, oh. Oh. Oh, fuck. Da wurde ich ja ein bisschen entdeckt Ah nö, da habe ich was gegen Ich würde mal interessieren, wie man die Tallboys mal ausschalten kann Ich glaube, wir haben ja so einen Walöl-Tank hinten drin Vielleicht, wenn man den beschießt Es gibt ja auch ein Achievement, die mit der Klinge zu töten Oder einen davon zumindest auszuschalten Oh Oh, müssen das Tallboys sein. Können die nicht zum Beispiel einfach eine Zilliarde Ratten sein? Das wäre ein cooler. Was? The outsider walks among us. Das ist eine Runde. Ah. umgelaufen ist auch schon so bedrohlich schluss e Hey, hey, hey. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was ist doch nur da, oh, da hin, da durch. Was ist da oben drauf? Okay, 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 okay. Ach du Scheiße. Oh, ne. Oh, ne. Okay, okay, ich geh mal hier durch. Oh, ne. 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 Oh. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. wieder die fücher ok Ich bin mal gespannt, wer den Schlüssel hat. Das bleibt mir hier hinter. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle auch mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Dishonored. Bis dahin, tschüss.